Er Jig nickte zu Tieselhorst Worten und versuchte souverän zu wirken. Gut, Er Jig, mein Vorschlag lautet, dass wir zusammenbleiben, bis wir entweder das finden, was du suchst, Er Jig, oder das, was ich suche. Sobald wir entweder das eine oder das andere gefunden haben, hören wir mit dem Suchen auf. Wir alle vier. Und dann wird jeder so viel in seine Taschen packen, wie er tragen kann. Entweder also Münzen oder die Schriftrollen und Bücher, die du suchst. Bist du damit einverstanden? Wieder nickte Er Jig. Doch einverstanden war er ganz und gar nicht. Allerdings hatte er fürs Erste nichts dagegen, wenn Tieselhor die Führung übernehmen würde. Schließlich war er ein Kämpfer, ein gestandener Krieger. Er hatte sicher schon mehr Gebäude durchsucht und ausgeplündert, als er Jig Haare auf der schwabbeligen Brust hatte. Und mich und Xayakena fragt wohl niemand. Ließ Stallmann seine leicht verärgert klingende Stimme hören. Tieselhor gönnte ihm nicht einmal einen Seitenblick, als er schlicht »Nein« sagte. Dann gab er knurrend Anweisungen, die Armbrüste in der Iblis-Haltung anzulegen. Wieder war Er Jig der Letzte, der es schaffte. Den Drill hatte er immer gehasst. Das brachte ihm etwas Spott von Xayakena und Dallmann ein, während Tieselhor nur die Augen verdrehte. Als sie alle bereit waren, war es dann aber doch Er Jig, der ein paar Schritte machte und die Tür öffnete, die ins Innere der großen Weltbibliothek von Arunamor führte. Durch die Gänge Vor ihnen befand sich ein langer, schnurgerader Gang. Auch er wurde von vereinzelt unter der Decke hängenden Ewigfeuern und Lampen am Foren beleuchtet und war gemauert aus edlem Münixstein, aus dem südlichen Teil von Kabontu. Auch in Namersa verwendeten die Adligen dieses exotische Mineral gerne, wenn sie mit ihren kleinen Palästen und Herrenhäusern Eindruck schinden wollten. Wo es im vorigen Raum Schnitzereien gewesen waren, so waren es hier feinste Meißelarbeiten, die bildhaft alte Legenden und Schöpfungsmythen verschiedener Kulte und Weltanschauungen darstellten. Immer wieder konnte Er Jig nicht anders und blieb stehen, um sie zu betrachten. Jedes Mal wurde er meist unfreundlich und manchmal auch äußerst unfreundlich dazu aufgefordert, seinen fetten Arsch in Bewegung zu setzen und nicht herumzutrödeln. Wenn ich nur wüsste, wie es so ein weiches Gelehrtenbübchen auf die Wellenreiter schaffen konnte. Man sollte den Offizier, der ihn angeheuert hat, Kiel holen. Knurrte Tiese hohr, während er, die Armbrust im Anschlag, weiter den Gang entlang hastete. Permanent flog sein Kopf von rechts nach links und wieder zurück und keine Tür, die von dem Gang abzweigte, ließ er ungeöffnet. Allerdings nahm er sich nicht die Zeit, die großen Lagerräume zu durchsuchen, die jeweils dahinter lagen. Er Jig, der sich etwas mehr Zeit ließ, stellte fest, dass der Haudegen instinktiv zu entscheiden schien, welcher Raum einer näheren Betrachtung wert war und welcher nicht.